Du willst guten Kaffee? Wir haben die Maschine dafür. Und die hier liefert immer den perfekten Milchschaum, egal zu welchem Getränk. Dank des patentierten Latte-Cremersystems gibt es immer cremig-feinporigen Milchschaum. Intuitive Bedienung über das 4,3 Zoll große Touch-Display, das sind in Zentimetern ungefähr so 11. 21 köstliche Kaffee- und Milchspezialitäten, die sich automatisch sortieren nach der Häufigkeit der Nutzung. Das ist echt ziemlich cool. Da finden echt alle ihren Lieblingskaffee. Und per App kann man die Maschine auch individuell programmieren für eigene Kaffeekreationen. Aber die vorinstallierten Rezepte sind schon wirklich ausgiebig. Mit Long Black zum Beispiel für den klassischen Frühstückskaffee oder Doppio Plus für den Energieschub zwischendurch. Und für Komfort ist natürlich auch gesorgt. Den Wassertank kann man frontal herausnehmen. Und die Abstellfläche für die Tasse wird hier sogar beheizt. Auch schön für die Hände. Und selbstverständlich lässt sich auch der Kopf individuell anpassen. Und für Frühaufsteher ein besonderes Feature. Das besonders leise Malwerk mit 13 Stufen. Damit die Kinder und die Nachbarn noch weiter schlafen können. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt auf die Schnelle weiterhelfen. Bei noch mehr Fragen einfach in den nächsten Expert-Markt in deiner Nachbarschaft. Da helfen wir gerne weiter.